Ich habe etwas gesehen in der Unterhaltung, aber sowas Schlimmes habe ich... Warte, das finde ich, können Sie nicht einfach so sagen. Nein, das finde ich nicht, da müsste man diskutieren. Der Schluss war schön. Also Schluss, ein bisschen Oberfläche. Komm, inne, wir müssen... Janne, das sieht ja wunderbar aus. Dankeschön. Ich habe noch ein Problem, ich muss aus beruflichen Gründen die Tagesschau sehen. Habt ihr was dagegen, wenn ich den Fernseher überhaupt mache? Ja, Sie kommen gleich nach der Werbung. Mein Sitzproblem ist für die nächsten Jahre gelöst. Der neue Baccarat, sympathische Material, robust und durch und durch, massiv. Der neue Baccarat, WC-Sitze von Alibert, unverwüstlich. Na denn, guten Appetit. Klerasil-Gesichtswasser gibt es für fettige Haut und jetzt neu auch für die Mischhaut. Denn Mischhaut hat die gleichen Probleme... Möchtest du ein bisschen Wasser? ...braucht aber ein Gesichtswasser, mit dem für diesen Hauttyp idealen pH-Wert. Sagen hab, was da noch rauskommt. Ob fettige Haut oder Mischhaut, Klerasil-Gesichtswasser reinigt poren tief und schützt vor Pickeln und Mitessern. Bei der neuen Pembers-Gen... Möchtest du Wasser? Ja, bitte. Dadurch sitzt das Schutzvlies ganz nah und das Baby. Sogt die ganze Nässe durch das Schutzvlies in die Saugschicht. Die neue Camellia Superdünne Binde ist saugfähiger als jede andere Dünne Binde. Es ist schön, dass ich mich so sicher fühlen kann. Die neue Camellia Superdünne Binde ist die einzige Dünne mit der Sicherheit von Camellia. Camellia gibt Sicherheit. Guck mal. Domestos ist neuartig. Beachten Sie die Gebrauchsvorschriften. Wo immer sich Schmutz und Bakterien versteckt halten, Domestos packt sie. Vollständig wie in diesem Test. Domestos wird kraftvoll gegen Schmutz, Bakterien und Geruch. Das ist hygienische Sauerei. Ja, und für Ihre dritten Zähne täglich Cookie Dent zwei Phasen. Und warum täglich? Weil gerade die Bakterientieferreinigung vom Mundgeruch und Entzündungen schützt. Deshalb täglich Cookie Dent zwei Phasen. Die erste löst Flecken und Belege. Die zweite Phase bekämpft zusätzlich schädliche Bakterien. Täglich Cookie Dent zwei Phasen. Er sitzt und sitzt und sitzt. Und wenn er nicht gestorben ist, dann sitzt er vielleicht immer noch. Darum Vasa Plus. Drei bis fünf Scheiben täglich. Und er könnte wieder Vasa Plus mit Ballast. Meine gute Mittel von Pahl. Denn Pahl ist mit fünf Sorten Fleisch zu bereiten. Und das ist es doch, was Hunde wollen und was gut für sie ist. Also meine Hunde sind ganz viel Pahl. Pahl sollte jeder seinen Hund geben. Ich kann es nur empfehlen.